Hallo Leute, hallo, hallo. Heute machen wir wieder einen Livestream, so wie jeden Donnerstag um 18.30 Uhr auf dem YouTube-Kanal Puppet Magic und auf Facebook, Chronik von Dirk Bennert 1. Ja, und ich habe heute meine zwei Neffen dabei. Guckt mal, das ist der schwarze Hase und der weiße Hase. Und die machen die Hasenwanderung. Das ist ein ganz toller Zaubertrick. Den zeigen wir euch später. Ja, und wir machen das Lied Banks of the Ohio. Da müssen wir jetzt noch was einspielen. Und dann gibt es auch noch ein Rätsel und ein Riesensprass. Wir freuen uns auf euch. Sag mal, habt ihr irgendwo den Assistenten gesehen? Hallo, hallo Dirk. Hey, Assistent. Wir haben haufenweise zu tun. Wir müssen was einspielen. Wir müssen Texte vorbereiten. Wir müssen die Szenen einstellen. Komm, also wenn ihr den Assistenten gesehen habt, dann schickt ihn zu mir. Bis später. Heute, 18.30 Uhr. So wie jeden Donnerstag. Tschüss!